Will-Komm-Me-N-Zur-Ück! Ich muss mich beeilen, denn ein gewisser jemand, der auf die Idee kam, er könnte dieses Spiel ja auch spielen, ist bereits weiter als ich. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Also, ähm, ja. Das ist jetzt quasi eine Art... Ja, wie kann man das nennen? Ein Kampf der Ehre! Um die Ehre! Wie auch immer. Ich bin jedenfalls viel besser als ihr, aber das wisst ihr bestimmt sowieso alle. Und, äh, ja. Ich habe gehört, er hat schon den ersten Boss auf Ebene 4 getötet. Dann wollen wir doch auch mal dahin gehen. Und, äh, das jetzt so aufholen. Ich hoffe, man versteht mich noch einigermaßen. Ich habe nämlich das Spiel noch ein bisschen lauter gedreht. Da man ja quasi gar keine Hintergrundmusik mehr hört. Aber, äh, ja. Und da sind wir auch schon in Ebene 3. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich genau hin muss. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oh ja, genau. Ich hasse dich auch. Komm, jetzt noch vergiften. Oh. Ich habe mich schon so auf Gift gefreut. Hätte nie wieder raus gedurft. Danke. Oh mein Gott, sie droppen ja Remedies. Oh mein Gott. Egal. Hier geht es tatsächlich nie weiter. Wo war das denn? Da muss ich hier runter und dann rechts irgendwo hier so... Denke ich mal. Äh, ja. Geld haben wir denn 19. Doch so und so viel. Ich werde es so lange für unten gehen, lass uns mal nachschauen. Gibt es hier eigentlich noch einen Schatz von dem ich noch nichts weiß? Das habe ich, glaube ich, schon mal nachgeguckt. Okay, damit weiß ich jetzt hier einen neuen HP. Ja, ich weiß, ich erzähle voll viel und überhaupt. und es ist voll spannend hier zuzugucken, aber... Was soll ich euch denn erzählen? Es gibt nichts. Es gibt keine Dialoge zum Vorlesen. Es passiert nicht so viel anderes. Es... Ehhh... Regenerate its wounds. Egal, so. Egal, wo oben connected Jetzt bin ich ja wieder hier dran. Okay. Ich werde hier noch ausfinden, ob es hier einen Geheingang gibt und wenn ich jetzt weiß. Ich habe den bestimmt schon gefunden und ich habe es wieder vergessen. Ist ja auch schon ein Tag her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Näh. Oh nein, Deadly Monster Surprise Cram. Ich habe keine Lust dafür, jetzt Mana zu verbrauchen, was ich sowieso noch für viel wichtigere Sachen habe. Heilung und halt da, äh, wie heißt das Zeug? Ähm, wo gehe ich noch? Äh, Town Portal, genau, ich brauche. Okay, die haben wohl auch neun HP oder sogar zehn. Auf jeden Fall mehr als 8. Was? Wieso? Null! Das ist doch gar nichts Wieso kann ich da nicht Wieso kann ich da nicht Wieso kann ich auf dieses Feld nicht drauf Hä Ich kann auf dieses Feld nicht Warum Da ist nichts Da war nichts Oder war da mal was Weil da fällt mal eine Truhe Denn ja verstehe ich aber nicht Wieso ich da jetzt nicht auf dieses Feld drauf kann Strange Strange They are strange Oh nein, er hat mir eine Schwerd weggenaube Du Sau Ich glaube ich hab jetzt schon den Develop nicht zu den Typen geh Oh ja, die wäre auch mein Schwert weg Ich brauch das gar nicht um euch zu töten Wo? Gute Eheh hier So, da geht's zu Ebene 4. Da will ich aber noch nicht hin. Es muss hier doch irgendwo so einen verdammten Geheingang geben. Ich hatte den bestimmt schon, ich hab's nur wieder vergessen. Geweichert! Was sag ich? Äh, ich war hier tatsächlich schon. Okay, geh ich wieder zurück. Also im Sinne von... Wir nehmen eine 4. Mal gucken, was die Gehegner auf Harder so können. Ich hab schon böse Geschichten gehört. Zombies, die hört können. Ja. Level 4. Ich suche einfach als erstes die richtige Wand. Wir können's ja wirklich! Hehehehehe... Donut! Take for Smeikal! Smeikal not one heart, humans! Smeikal only looking for special stuffed beer! Please help Smeakal! Näääh... Ehhhhh... Nein, auf Bind hab ich jetzt keine Lust. Nicht bei Zombies, die HÖRT können! Hallo Skelett! Was kannst du denn so lustiges angreifen? So so! Ja, du scheinst voll schwer zu sein. Du kannst angreifen. Aber er gibt 6 Gold, verdammt! Regenerate its wounds. Oh, Offensive Spell. Na, das freut uns doch. So. So, das müsste jetzt reichen. Jetzt müsste die mit normal dran sein. Ja, genau. Verfekt. Ist ja nicht so, als würde ich es brauchen würde. Victory, be thine today! Hm... Hm... Ja, wir nutzen das mal zur Sicherheit. So, äh... Dann weiß ich schon mal, dass an dieser Wand nichts ist. Untersuchen wir die linke Wand! Ach so, ja, dann schon. Was kann DER überhaupt... ...ausweichen? Spy Trap! Ach! Du kannst... Heil! Yo! 43! Ich glaube, ich geh los! Eine Truhe! Mit einem Remedy... Ach so, okay, da war da eine Truhe, wo ich lang konnte. Die kann ich nämlich jetzt schon wieder nicht lang. Heil dich nur, ist mir egal. Heilen darfst du dich so viel wie du willst. Irgendwann bin ich schneller als du, natürlich einfach so mit zwei Treffern. Dum 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 dum... Zwölf AP, tot! Ja, Skeletor haben zwölf AP. Im Gegenteil! So, da gehts zu Ebene 5, aber da will ich natürlich noch nicht hin. Denn ich muss jetzt zu dieser lustigen Bücherei, hat mir der König ja gesagt, und irgendwas Lustiges einsammeln. Ich glaube, die war hier. Also ich weiß, dass sie hier irgendwo ist, aber ich will ja erst mal was anderes finden. Nämlich die Geheimschotze.